Hallo Leute Leute, willkommen zurück bei WW2COD mit den TroubleTown internen Boys & Girls hier. Wer ist denn in meinem Team? Item, Sachse, Dadov, Dr. Maxi und Manos, hallo. Kommt der 6, jetzt schreibt seine Chromosomen in den Chat. Das wird schwer jetzt. Hallo! Das wird schwer? Das haben wir gerade auch gedacht. Wir spielen Pointe de Hook. 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 Und die Moral von der Geschichte ist der Hook. Pointe de Hook hast du oder nicht? Genau so ist es. Da war einer. Hoi! Ich hab so'n blauen Schwein. Wieso hast du sowas? Ja, aber kannst du auswählen, das nennt man Signalrakete. Links direkt einer, der kommt in den Bunker. Guck an, der kommt dran. So, auf A hat er mich gesniggepiegelt. Im Bunker vor mir sind zwei Leute. Im Bunker vor mir. Ah, jetzt komm ich jetzt frei. Im Bunker vor mir fällt ne alte Lane. A oder B, also er A, ne? Ah, ich bin doch, ich bin auch nicht beim. A, ja. Ah! Ich hab mich nicht gefühlt und bei einem Schiff gesungen. Ah, bei mir. Ah, Richtung B. Oh Gott! Hinter mir! Lol! Wer hing denn da? Da hing so einer. Ja, das ist cool ne, wie der da so über den Nix hängt. Ja, das ist cool ne, wie der da so über den Nix hängt. Die Camero da rutschen sich. Also ich bin der Letzter? Richtig. Die Schrengladung wurde platziert. Nur gegen die Bombe und fünf Leute. Deswegen. Das ist ja easy. Da ist die Bombe. Save die Waffe. Gegen Earth. Gegen Earth. Alter, da kommt sogar noch das Blut von dem Bayonett. Und dann ist das der Hegel mit der Glastave. Das ist doch voller Atem. Oh Gott, ey. Da hat er dich erwischt, ey. Ist das dämlich. So, ich geh mal hier hooouch. Okay, warte ich so lustig. Oh, fuck, sie können da. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht schlecht, der Freezy. Das ist aber auch einer. Telefon hat er ja bei B, aber hier ist auch nichts. Bei A ist aber auch noch nichts. Boah, bei uns in der Base. Was? Ist ja hinter uns. Ja, ja. Na ja, oben springt runter, ist runter gesprungen. Oben, links, links, Manu ist links von dir? Oh Gott, Manu. Wo denn? Hinter. Ist unten. Wo denn? Überall. Überall um dich rum. Und du bist reich. Ja, also, also das war jetzt. Ach Gott, das ist vorbei. Ja, guck mal wie versteckt der war. Nein, nein, das war nicht der. Ja, guck mal wie versteckt der war. Um Gottes willen, ey, das ist vorbei. Ich war noch nicht so weit. Komm, lass uns wenigstens eine Rute holen. Ich hab noch geheimt. Ja, 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 Richtung A, Richtung A, Richtung A. Oh, fuck, Alter. Oh! Oh, da ging's direkt rein. Hör mal, hier ist ganz schön was. Hier, baum mal auf. Die sind schon relativ am Eingang, ne? Keiner Scheuner. Wo denn? Ach, unten. Die sind unten schon. Ja. Aber die sind nicht drin, ne, da. Ich glaub, die sind noch nicht drin gewesen. Doch, müssen die schon sein. Ah, der war daneben. Schade. Scheiße, Kunran. Ist, äh, jetzt bei 8. Oh, getroffen. Da hat noch einer. Komm, hol ihn dir, Tiger. Oh, da ist er! Oh, oh! Du bist... Der Dalu-Nator schlägt jetzt zu, ha? Oh Gott, das wird ja nicht leicht. Das wird nicht leicht, ne? Dalu, klatscher Kick. Lauf du mal vor, um den Schuss abzufangen? Nein, nein. Laber nicht. Oh! 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 Es ist aber auch wie auf Nacht, da war. Oh! Irgendwie hat unser Team aber leider mehr Tiefen. Unsere genannte sind sechs Tiefen und zwei... Kein Problem, Leute. Das ist so lange ich auf Platz drei bin. Fünf. Ja, fünf Minuten. Ich bin der Beste von den Schlechten. Man sieht sich immer selbst... Man sieht sich immer selbst hoch. Guckt euch mal... Guckt euch mal die Kills an von Mann an Team und von unserem Team. Was ist da los? Ich weiß nicht, was du meinst. Ruhig, Brauner, ruhig. Alles in bester Ordnung. Manus! Womit? Womit? Granate am Kopf, oder? Ja! Ich hab auch... Nein, nein, nein! Ich hab auch... Ich hab auch... Ich was in den Schuh gehauen! Schau! Schau! Oh Gott! Wir sind im selben Raum. Wir sind im selben Raum. Wo sind die denn? Bei deinem MG... Ich hab A3 weggesnipert. Hinter mir wieder... Unter uns kommen welche? Unter uns? Unter uns? Oh, ich hab nen Teeny Joss! Also hintenrum, oder was? Leute, wir können das schaffen jetzt! Manus war die Hunde nicht... Manus war die Hunde nicht... Ich bin down! Wo bist du denn da? Wer auf A? Ah, jetzt haben wir noch einer! Nur noch Maru! Lass zusammen jetzt hier los! Auf A! Ich hab die Bombe! Okay, auf A! War's nur noch Maru? Nee, es ist nur noch Maru! Gott! Wer war denn das? Ach, da ist die Bombe! Er schreckt mich doch zu Tode! Der hat er doch! Quasi! Oh Gott, ey! Auf A blenden? Dreh schneller! Das ist sehr kompliziert, das zu blenden, oder? Hast du echt 60 Punkte gekriegt dafür, dass du mich getötet hast, Manus? Ja! Boah! Oh nice! Geil! Ich will auch 60 Punkte! Sofort drücken wir uns einfach rückseitig! Im Optimalfall würde er sich verstecken jetzt! Hat er die Bombe im Blick? Ja, ja, ich bin hier direkt auf dem Spot! Oh, da wird getroffen! Der kommt! Äh, hab ihn gesetzt! In der Freude! Ach, das ist von dir! Warum? Das war so gemein! Ich hätte fast gehabt! Der war direkt auf dem Spot, oder was? Der war direkt nicht von dir! Der war direkt nicht von dir! Ach, da war's so unisch, Mann! Da war nicht wahnsinnig drauf! Hä? Ich hab ja noch geflickt! Das wird dir das auch gar nicht wiedergegeben! Du hast ihn doch erstmal hingeschmissen, Mannus! Aber ich hab gesehen, wie der Trigger leicht gezuckt hat! Aber das hat nur geklappt, weil Mannus am Anfang down war! Ja, klar! Ich war nicht down! Ich war bis zum Ende am Leben! Hä? Wie hast du... Hast du einen an die Lust bekommen, oder? Nein, Mannus! Ich hab einen an die Lust gegeben! Du Anti-Mate! Der ist erledigt! Vorsicht, Nate, drin! Ich hab einen bei A! Ich hab einen durchgelaufen! Okay, war drin! Vorsicht, Nate, bei A! Oh Gott! Bei oder A! Oh! Nur Loll! Oh, Freezy hat mich down! Was ist denn mit Mannus los? Ich blende! Ich blende! Ich hab die Bombe nicht! Ja, ist frei! Ne, ich kann nicht blenden hier! Warum nicht? Wo ist an die Bombe? Jetzt! Ja! Ist an Ordnung! Schrei mich nicht so an! Okay, Bombe liegt, Mann! Ihr Bobbelis! Willkommen nochmal zurück! Ja, einen am Spawn habsch! Oh shit! Einer... Bei der am Spawn! Da habe ich die Bombe im Blick! Ich glaub's nicht! Der Early-Bob! Du hast die Bombe im Blick? Ich sehe die Bombe im Blick! Okay! Den noch bei denen, richtig in der Dingzeit! Oh, der ist hier! Oh, Schigo! Wenn der die um die Kiste rum aufheben kann! Das wäre nein! Das war wahrscheinlich eine Sprengnahrung! Kuckuck! Hinter euch! Hinter wem? Hinter euch allen! Hinter wem allen? Hinter euch allen! Du hast die Bombe im Blick, ne? Ja, nicht gut! Hey! Oh! Schigo! 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 Der Schigo ist nicht schlecht! Ich spiele immer mit Damen zusammen! Sehen wir gut! Er snipern kann sie jetzt! Wollen wir mal? Wollen wir mal? Oder wie sieht das aus jetzt? Ich nehme die Bombe mit! Ich nehme die Bombe nicht mit! Ich werfe hier einen Airdrop kurz! Wenn wir den kurz ein bisschen defen könnten! Oben! Fenster! Fack! Kannst du mir mal hier runter schießen, eben einer? Oh! Es geht mit einem Schuss! Passt schon! Ah! Uhu! Der Sachse wäre fast erschlagen worden! Oh! Oh, Mann! Come on! Oh man! Beruhigen zweimal im Fenster! Bei B sind zwei! Bei A ist noch einer! Bei A sind aber auch welche! Bei A sind noch zwei! Einer noch auf der Gätte! Oh, Englern! äh ... ähh ... SGT oder so was ist? Das ist die erste, ne? Echt? Ja das ist ... Die sagt dann das ist der Filmprojektor! Da! Die braucht halt leider echt ne halbe Stunde zum Nachladen. Naja aber ich hab auch schon den Absatz drin, dass die Feuerwehr da erhöht ist. Alter was hier wäre für Waffen ausgepackt wäre, was so... Wichtig, das war ja der Weltkriegswaffen halt! Ja ich mein aber es gibt so gute Waffen! Neu gofieren! Ja das ist richtig Sachse mit so einem Filmprojektor, wo oben noch eine richtige runde Metallkasten da reinkommt. Menschen kämpfen mit Stil. Mit Stil. Mit Stil. Oh, ist aber dumm. Ja, Mann, es war die falsche Taste. Ja, Mann. Jetzt kommt ein Fleischer, Leute. Alle Richtung A, äh Richtung B eher. RB orientiert. Ja, ich bin am MG, lass sie reinkommen. Lass sie reinkommen, Baby. Einer im Bunker vor A. Wenn der rauskommt, ist er tot. Ist da einer Silent von denen? Wow, Alter. Verrückt halt nicht. Wieso schießt er auf mich? Ich hab dich auf dich geschossen, du bist in den Rauch gelaufen. Und ich hab in den Rauch geschossen. Manu ist wieder stark. Ich hab da aber langsam keinen Bock mehr drauf. Jeder rennt mir immer vor den Flinte. Du hast nie geimpft. Oh, der Schlag. Ja, das war aber nicht mit Absicht. Kann einer in die Mitte kommen und hier den Mittelgang für mich defn. Das mach ich gerne. Dankeschön. Ich bin jetzt alleine auf B. Ja, ich bin alleine auf A. Deswegen passt das doch. Ich defn den Mittelgang übrigens. Ja, perfekt, Mannus. Super. Oh, ja. Einer bei mir. Einer ist low. Werf eine Haftbombe. Ich bin down, Chico. Hat die Bumme gebracht. Falt, ab unten. Okay. Ich war der Vergebnis hier auf den letzten. Two and one. Okay. Nur noch Chico und die war grad auf der anderen Seite. Ja, ja. Die kommt von B wahrscheinlich dann. Oh, hat sie die Bombe oder nicht? Das weiß halt keiner. Oh! Oh! In der Mitte. In der Mitte. Was? Die hat mich... Aber wohin geht sie? Oh oh. Wer ist denn schon wieder salzig? Komm schon. Oh! 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 So gemein. Ey, der Giganten. Coucou! Ja! Coucou! Ha ha ha! Voll! In die... Oh no. Oh lol. Ins Becken. Ins Becken, genau. So, jetzt bin ich James Bond. Jetzt mach ich vielleicht mal'n Kill. Vielleicht, in. Stradadadadadat! Ah 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 ah. Kann man ja den Early Boy auf dem Set panzen vielleicht? Und der Early Boy. Kann dir mal jemand muten bitte? Was soll das denn? Ich seh nicht. Ich war das gar nicht. Ich bin mit Sünde, der so ein Feuerwerkskinder. Oh lol. I know, I know. Hast du den oder hast du den nicht? Ey, das Unterwehr ist direkt erschossen bei Alex. Ey, das ist da nicht der Dung. Bei A zwei Mann. Oh, der Fredzi. Okay, bei A noch ein Mann. Das Gleichgewicht stimmt hier einfach nicht. Äh, Shiko bei A in den Hauslanden drinne. Also die Echte, so ein Bulli-Style war noch zu hoch. Ja, sie hat's. Teenage war gemacht. Ja, eine Arfe. So, es lebt noch einer. Alex. Da willst du wissen ey, der macht serious, zeig ich euch. Was ist das für eine Taktik? Dann kann ich ihn spotten, aber er mich nicht direkt erschießen. Außer macht einen Lucky Shot. Ich weiß, den gehört, das ist alles. Der ist hier oben drin. Da, wo du auch Shiba schossen hast. Wir sind im Bauernhaus. Oh! Da kommt der Smolli, Alex. Feuer für die. Oh! Oh! Fehl sieht nichts mehr, ey. Du hast so einen Pferd. Oh, ganz schön brutal. Nicht werbefreundlich. Das ist Alter. Also mein ganzer Zombie-Modus ist mittlerweile wieder werbefreundlich. Kann mir keiner erzählen, dass das Zeug nicht werbefreundlich ist. Alter, 4 zu 4, das gibt's doch gar nicht. Warum ist das immer so schwarze? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab die Beste. In Deckung. Was ist das, Fritz-Ax? Fritz-Ax? Wo ist das? Ich hab dich geholt. Fritz. Ich sterbe in meiner selben Pose. Fritz-Ax. Hä? 2xB. 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 Oh nein! Maxi! Nein! Manus, Alter! Was hat Manus heute? Also... Ja... Sagt er, dass du aus der Gegner-Base kommst. 2 Leute, die liegen bei B. Liegen bei B. Ich bin hart geschoppt. Aber es gibt hier keinen Abzug und so, ne? Leider. Schaufeln! Nein! Schaufeln! Lass doch, Alter! Oh! Jetzt wär ich fast auf Flöcker-Aschissen doll. Hahaha! Boah! Das ist aber eher ein Spaten als ein Schaufel, oder? Du gehst doch immer so auf... Das ist nicht nett. Zählt ein Spaten nicht auch als Schaufel? Also hast du noch hier überbegriffen? Neugruppieren! Bist du nicht auch ein Spaten? Ich will das gut! Oder bist du eine Schaufel? Warte mal! Klugscheiß oder ich hab's gehört! Ich hehlst es da? Nee, Quatsch! Achso, ja, okay. Ich bin auch... Das ist immer die beste Ausrede. Wir haben die Sprengladung! Ich hol wieder einen Airdrop hier. So, pass mal auf, was ich jetzt war! Was sind wir wieder? Was hat die erste Bier gemacht? Was denn? Was denn? Bis den Saks hat die Airdrop-Granate an den Rücken bekommen? Du, ich wollte halt den... Nein! Du hast einfach nur so'n Sound gemacht. Das war super. Ich schick'n Flieger über die Mitte. Ich schalte das nicht mehr aus. Das Spiel macht mich einfach fertig hier. Oh, da kommt ein Flieger. Zwei bei B. Und einer bei A noch! Fuck! Oh, sorry! Oh Gott! Ja, ja, ja! Ach, da hinten! Läuft! Oder oben ist einer? Ja, ja! Ich bin nicht gut im Spiegel. Der ist geil. Also da links quasi, ne? Auf der... Ja, ja! Auf der einen schalten sie hinten raus. Auf der Scheune. Fionageabwehr in der Luft! Angriff auf feindliche Flieger! Äh... Wer löst? Da hab ich nicht viel... Alter! Ja, ist immer noch auf der Treppe. Die ist immer noch auf der Treppe. Ja, bei A. Okay. Das ist Schlocke? Äh, ja! Das ist schlecht auf die zu schießen? Ja, das ist ziemlich schlecht auf die zu schießen. Ich hab... Ich hab... Ich weiß nicht welche Taste der dobe... äh, der Spaten ist. Ich krieg die V, find ich. Ne, ne, V ist ja nur ein Nachkampf. Ich hab grad eins, wo ich hab so... wie so Klavier erstmal alles gedrückt. Das ist glaub ich 5. Oh, ist die Schaufel. Was ist denn das mit der 5 Visier? Das geht nach vorne beim Schießen. Was hier für Sachen gezeigt werden. Ja, oder wie? Das ist vielleicht auch die Bombe auf. Die haben die Sprengladung. Das ist echt... Ich hab... Was? Dann Grenade. Vorsicht. Oben im Fenster. Molli. Oh, lol. Der ist schon... Ach, man. Erlebt den Glauben noch hinten. Ich wär hier wahnsinnig. Oben im Fenster, sagst du? Oben im Fenster, ja. Ja, oben im Fenster. Ja, oben im Fenster. Ja, oben im Fenster. Die haben uns komplett auf B überrascht. A ist frei. A ist frei. Okay. Locken. Was? Die kommt aus der Mitte, fuck. Alex kommt jetzt aus der Mitte. Die Sprengladung wurde platziert. Nee, ich hatte gedacht, dass ich schon vor dem war. Lol. Noch einer Bombe, glaube ich, ist noch einer. Links, rechts, geradeaus. Ja, ja. Freezy, links, rechts, geradeaus. Jawoll, Freezy, du hast es. Oh, Freezy, ey, was macht der denn da? Der Feind hat die Sprengladung entschärft. Der spielt einfach nicht mit, der Füße. Ach, der hat wieder nichts gerissen. Da haben die vor ihm gefließt. Da hat man den Maulwurf im Gegnerteam und dann... Mindestens so early noch. Also, wir haben die meisten Teamkills, glaube ich. Warum? Raketenwerfer. Mit der V. Oh. Freezy's down. Wo geht ihr denn grad hin? Bist du ein B? Wir checken wieder vor A. Ich hab so Highways den Gang, aber... Oh, die kriegen, die kriegen, äh, hier den ganzen... Oh, Fak, die sind zu zweit. Okay. Feindlicher Bomber nähert sich. Achtung, Bomber. Oh, 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 oh. Ich brauch... Ich muss ein Haus suchen. Ja, ich bin immer. Da haben wir keinen zu suchen. Oh, 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 oh. Was? Im Bunker? Ja, die hat... Da ist noch drin. Ja, die Decke ist auch auf. Ach, Gott. Ach, echt? Ja, die Decke ist auch. Ich hab da noch nie hochgeguckt. Derp. Oh, man. Derp. 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 Ich bin jedes Mal drauf, aber dann krieg ich diesen Knockback. Derp. 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 oder amort klasse mit bar die airborne würde ich gar nicht nehmen wir spielen viel zu passiv in unserer privaten runde du brauchst die airborne nicht bei uns wird viel zu langsam vorgegangen kann einer wieder den mittelgang decken für mich dann habe ich aus mit ich kann gerade nicht eingang denken ich habe ein feindlicher artillerie beschuss in deckung nein das war's ja nicht dahin laufen sagst du da ist gerade party da läuft noch jemand bei der ball hinter dir rennen kommen wahrscheinlich gleich die fahrer das gute ist aber die kommen auch nicht durch sagt sie dreht wieder mit seiner kamera was heißt das ja einfach wirklich schnell feuer aber ich finde das so mit der waffel ist dadurch so ungenau und advanced rifling wie sticht man noch mal zu einer den mittelgang der teils teils ja du hast den feuerwerksknaller gefangen es darf nicht wahr sein ich habe mich einmal getroffen ich habe mich einmal gehittet mein tag ist vorbei okay ich habe einen nein da sind zwei jetzt in der mitte auf b sozusagen ja genau da ist noch einer ich habe nicht und das ding hat nur 60 schuss ja das ist halt so so eher so für vorne komm mal maxi das time time to shine nicht zu früh okay los mal los bei a ist noch einer drin jetzt schießt euch nicht gegenseitig ab ihr seid tief ach da war schon hör doch auf hör doch auf hör doch auf damit haben sie total verwehrt ihr solltet aber auch in bar spielen wer war denn das hier ach alex wieder der handel ey und jetzt mache ich wieder ne artillerie hat er die wieder ready scheiße weiß ich nicht in die eier ja 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 die rufen hier auf jeden fall glaube ich gerade erstmal ein airdrop hohly shiit oben in halb einer seiner ja oben im anzug in deckung oh goh oh 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 was denn? fritz ex? ja fritz ex? ja die bombe die fritz ex achso ich hab gedacht fritz seine ex fritz seine ex Was ist denn los, ey, Kapuze hat mich erschossen, jetzt sollte ich das Spiel deinstallieren. Kapuze ist gut geworden mittlerweile, also der war schon immer so ein kleiner Star am Himmel. Wenn er nicht raged, ja. Ja, aber er ist ja wieder auf dem letzter Glanz. Nein, du Kühler, los! Wenn einer den Mittelgang hat, kann ich wieder A deflen. Ah, ist ja nur noch Girly Boy, da hol ich so einen Spaten raus. Der steht eh irgendwo AFK und tippt gerade was. Ich hab ihn angeschlossen, ist unten in den Gang. Ach, da, Lua! Ach, ne, es war eh eine Runde. Er holt die ganze Runde, dann wird das für euch. Nee, hat er die Bombe gehabt oder nicht? Wenn er die Runde holt, dann werden wir uns das ganz lang einmal. Ja, Moment, wenn er jetzt aber die Runde holt, dann... Du wolltest ihn schaufeln. Ich leb aber auch noch. Alles für den Club. Das ist, er hat halt den Vorteil, er entscheidet halt... Nice. Er entscheidet was? Er entscheidet halt, wo das Spiel langläuft, ey. Er entscheidet halt, wo er stirbt. Er wollte... In den Ellenbogen! In den Ellenbogen! Ich glaub, die... Die Sniper, die du hast, ist doch alles... Über... Über Knie ist One-Shot, oder nicht? Ja, so über... Ja, über... Was ist das denn schon wieder? Was sagst du? Was sagst du? Ich hab schon wieder vor Friedsangst gehabt. Die Beton-Zunker! Aus ist grad noch nicht. Aus, Maul! Ich komm zu B, ja? Da rennt zwei Leute zum B, ey. Die haben Drohne, die haben Drohne. Die haben Drohne. Freezy läuft mir rein, schön gemacht, Freezy. Einer ist also kaputt, ist an meinem G. Oh Gott! Oh, Alter! Müssen wir mal zur Bombe gehen? Äh... Ich hab'n Radar, das... Schrengladung! Ah! Die, 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 die! Ich hab' echt'n... Die, die? Ah! Warte mal, ich hab' da... Kann ich mal dagegen ausrichten? Er ist weg, er ist weg. Wir gehen zu A. Am B-Spot ist noch einer, der versucht zu decken. Da ist er! Da ist er! Ach man, noch jemand. Wir haben die Sprengladung! Ja, ja. Wir gehen aber wieder zurück, oder? Ja, oder was? Äh, zu... Ja, doch, würde ich sagen. Bei uns in der Base! Sprengladung fallen gelassen! Ich kam ihn nicht mehr um die Ecke. Jolly Boys, du... Schade! Wer ist'n da noch jetzt? Da muss einer, komm! Der ist immer noch low! Wir haben die Sprengladung! Ich hab' die Bombe, aber ich kann das ergeben. Fuck. Da noch. Hm, hm. Rechts, guck rechts. Du kannst ihn noch schaffen. Wenn er den hat... Schade! 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 Den hab' ich aber heute die ganze Zeit. Den hab' ich aber heute die ganze Zeit. Okay, ich muss mich jetzt eindeutig mehr anstrengen. Du! Schade! 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 Okay, dann hören wir jetzt damit auf mit den absichtlichen... Ich entwickle mich so wie bei CSGO, ey, in Bombenhure. Wo ist die Giti denn? Die sind bei A einfach da drin, oder was? Die sind gedigitiert. Ey, man. Ehrlich, kann es aber auch wie die Nutze? Ach, keine Ahnung. Alter, der hat mich richtig guckt. Oh Gott, oh Gott, der kommt hier runter. Ja, einer ist bei A auf der Schräge. Einer ist bei D im Spawn. Das nervt mich da mit dem Abcampen. Ich weiß noch nicht wer das ist. Oh shit. Mir durch die Wand bekommen. Was ist der Molotow für ne Zahl? Drei. Also ich hab den halt, ist die erste Killspiel glaub ich, die man so haben kann. Ja, aber warum ist der weg? Items. Was denn? Nicht mich erschießen. Ich hab dich nicht geschossen, du hast auch nicht geschossen. Das war keine Absicht. Wo sind die denn? Ich hab B soweit befreit. Lass doch B gehen, oder? Der Kundron hatte noch am Spawn geschossen. Wir sind hinter uns, Freezy. Von der Base, Freezy. Freezy hab ich. Zwei Leute probiert. Ja, ich hab schon übers angefreckt, ne? Jaja, der war richtig low. Ja, der war down. Aber er hatte auch keine AP mehr. Der kam auf den Zug gekrochen. Ich bin ein Kugelmagnet. Komm schon und spiel mit mir. Heißt du Caillou? Caillou. 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 Gibt's doch nicht. Wenn die Kinder liegen. Eine Minute. Der liegt so am Kabel, dass es aussieht, dass würde seine Hand leuchten. Ich bin bei B. Oben bei B drin. Oben bei B drin. Oben bei B drin. Oh fuck. Ich hab den. Der hat mich nicht. Nicht von Early. Nein, nein, nein. Du hast nur 40 Sekunden. Ja, was soll ich denn machen? Deiner Meinung nach. Du kannst nicht einmal rumlaufen zu A. Das wirst du nicht schaffen. Die Mitte. Dazu fühle ich die Stamina. Doch, jetzt geht rechts und jetzt wieder rechts. Aber da wird Early schon warten. Oh. Das war Mitte oben. Das war Mitte oben. Das war Mitte oben. Und dann würde ich mal überhaupt wieder oben links. Ja oben links. Also oben links war angesagt. Manus. Ja, Floki. Floki Boki. Was läuft? Auf. Euer BAM in die Brust. Ja, das sind die Frauen ey. Keine Rücksicht auf Verlust. Ne. Suchen und zerstören. So, okay. Jetzt möchte ich hier von jedem einen Chill. Okay, das könnte ich vielleicht. Mindestens. Du darfst mehr machen. Kannst du einen Mail kill? Nein. Einen richtigen Kill. Ohhhh. Wenn jemand zwei macht, heißt das ja schon, dass einer hier ist. Hier, dann ist einer halt der Lappe. Aber ihr dürft euch jetzt Mühe geben, dass ihr das nicht seid. HAP EIN! 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 dass er wieder in die base gepusht ist wer auf hier mit granaten zu werfen ich wollte gerade sagen ist was ist hinter euch das mann nein 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 wieder aber hast du ihn da du ich hab gelächter und was soll sehr verfehlt hat er dann in der schau es wird endlich mal hier der hat nicht oder kommt der hat absolut nicht aber auch da hat alex aufs netzwerk aber es war eine sehr spannende runde haben wir das sieg da schaut bei den anderen vorbei endlich mal gewonnen wir haben verloren